So, guten Morgen und heute grüße ich euch mal aus dem Löchle. Ihr seht, hier steht schon der Schlepper bereit und man hört es auch schon, wir sind heute im Holz. So, jetzt hast du rückwärts den Wagen reingefahren und jetzt geht es weiter. Heilo, Tag oder Morgen. Sag mal, wie viele Jahre machst du das jetzt schon, Holz? 30, 30 mindestens. Also, Jörg, jetzt haben wir da rechts die Büscherleliege und links kommt das Brennholz. Holz, wo man den Kaminhofen verbrennt. Und das Büscherle, den haben wir im Umstand zum Verhänger, bei den Führungen. So, und weil die Oma natürlich auch einen Kaminofen hat, kriegt sie ihr Holz bis auf den Balkon gebracht. Ich packe mit an. Vielen Dank, ich muss sie sagen, dass ihr mir mein Balkon füllt. Ja, merci. So ist es ein Schlepper mit Aufhänger. Ja, hat er auch ihn heute verlehnt, gell? Das war unser alter Ladewagen früher. Aha. Und da hat er, wo wir noch gekehrt haben und keinen Schlepper mehr gekehrt haben, hat er sonst gesagt, ein Anhängerbett auch nicht mehr. Und deswegen bin ich rum und habe, dass ich ihn auch mal wieder sehe. Ja, alter Bekannter. Gut. Die schaffen doch heim. Die möchte ich. Wenn alle mit nachlangen, geht es? Ja, geht. Ganz schnell heim. Das ist doch prima. Ah ja, hinten hat sich schon ganz schön gefüllt, gell? Ja. Gut, dann können wir beruhigt auf den Winter warten. Jawohl. Dann können wir heizen. Genau. Heizen. So, jetzt ist die Reue, Leute. Es ist wieder Ruhe eingekehrt. Alle haben gefespert und sind heim. Und hier duftet es nach frischem Holz. Das ist so ein guter Geruch. Und hier sind die Büschel. Also wenn ihr Lust habt, dann kommt zu unserer Wengert-Führung durch den grünen Wengert mit rotem Wurst und rotem Wein. Wenn es kalt ist, auch mit Glühwein. Tschüss. Schönen Sonntag. Hey Leute, hat es euch gefallen? Dann schaut doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage. Da hat es ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas geboten. Da sind wir. Dann sind wir. Ja genau. Und da sind wir. Da sind wir. Vielen Dank.